Hallo YouTuber und herzlich willkommen bei eurem Schnacke und heute wird Grand Theft Auto Online ein Jahr alt und heute zeige ich euch die besten Bilder aus GTA Online, die ich von mir selber gemacht habe mit meinen Kollegen oder aus dem Pump sind wir dabei, die die Kollegen von mir gemacht haben. Die Bilder sind geordnet vom Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt, aber bevor ihr die besten Bilder seht, möchte ich mich nochmal bedanken bei den Kollegen, mit denen ich immer gezockt habe. Ein paar sind nicht mehr mit am Schnacke, aber trotzdem möchte ich mich bedanken beim Alexander, beim Ultrace, also beim Jerome, beim Quixco, beim kleinen Rambo, beim Patman, also Andi, beim Ultra, dem Jonas und vor allem möchte ich mich bedanken beim Bilal, denn mit denen zocke ich schon seit Anfang an Grand Theft Auto Online. Wir haben viel erlebt und dafür möchte ich mich nochmal bedanken beim Bilal und bei allen anderen, mit denen ich sonst noch gezockt habe und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den besten Bildern aus Grand Theft Auto Online und ich sage jetzt schon mal Servus und Tschüss, bis dann, euer Schnacke. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020